Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Grand Hotel Money. Ich habe schon heruntergenommen meinen alten Account für ihr gefunden und werde das Spiel starten. Ich muss allerdings das Tutorial schon spielen, damit ich da hinkam, wo ich mir das aussuchen kann. Okay, fortfahren. Wir sind in Level 29 stehen geblieben. Das sind die Sachen, die wir uns gekauft hatten. Vielleicht später. Gut, dann geht es jetzt los. Und 400 Korinth. Kein Müll und keine Diskussion. Irgendwie so. Okay, Tutorial habe ich durchgespielt. Aber das muss ich nochmal aufpassen. Das. Das. Und das. Das. Warte. Sandwich machen dauert lange. Da wusste ich. Da kommt schon der erste. Oh, scheiße. Allan, komm? Dann Deixa ich ruhig an. Ich habe einen Moment. Ja, ich habe einen Lover ges priorit. Federf substance. Ich utilize die темпер Workbench. JV Sobald Zimper. Derчик. crucified. Erinn. Duげ wлыbН. Viel odpowiedigt. Oh, Sandwich machen. Oh, das ist wieder auch ein Kaffee. Stressig, das Spiel. Du, 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 du. Okay, Keter Pippen, fertig. Alles geschafft, ja? Meine Güte. Das kann ich nicht holen. 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 Da bin ich ja gerade bei. Gut. Das war die Runde 29. Und jetzt geht es weiter von der nächsten Runde. Was bedeutet die 24? Achso. Unendlich Lehm, ja. Dann fang ich schon mal an hier mit einem Sandwich machen. Oh, zwei Kaffee gemacht. Das ist schon mal vom Vorteil. Vorher muss ich mal anklicken, dass der Kaffee gemacht wird. Und jetzt geht alles schon automatisch. Ah, da wird einer mein Sandwich haben. Okay, bitte schön. Oh, da bleibt mein Sandwicher. Das hat mich herzlich gelassen. Ich bitte nicht. Oh, dang last crying. Oh, die ist so schön. Oh, diese ich gleich noch eins� und so dedans! Ich bin richtig. Aber ich habe mich nicht noch. Oh, sei hier troll. Ich bin da dabei sein, wenn ich rum southp rempl manufacture valmation für mich. Frage ich dir! Der Name ist Kaffee, oder? Der Name ist Kaffee. unda ist Kaffee? Der Name ist Kaffee, oder? Jetzt hat er erst mal gesagt, das finder wollte ich kleineren. Kafe wieder auf... Ich sage nicht, was du solltest dupeople? 28 Leute, alle mit dem Domino. Perfekt. Ich kriege ein Geschenk. Schwein Diamant. Aber ich hätte eigentlich viel mehr bekommen. Okay, weiter geht's. Erstmal Sandwich machen. Jetzt ziehen wir euch da einen Kaffee. Sandwich. Perfekt. Machen wir gleich das nächste Sandwich. Nächste Sandwich machen. Oh, ich habe ein Kaffee. Oh, ich habe ein Kaffee. Das ist das Kaffee. Das ist das Kaffee. Das ist das Kaffee. Es ist das Kaffee. So kommen noch einmal raus. Töne Ar ep cuentaan. Dämpig auf baiter agramatischer Stabilität. Dämpig auf sprechen. gleich das dauert ein Bisschen noch einen Kaffee und dann ist das Sandwich und schnell sauber machen und dann habe ich es geschafft ich brauche noch nicht mehr sauber machen Suppe weiter was habe ich? fünf Diamanten und eine Rakete und zwar benutze ich die Sachen so selten ein bisschen ein Kaffee kommt sofort möchte denn noch einer was haben ich hoffe ihr geht nur raus und seid zufrieden so wie die Dame jetzt habe ich meine Dame Sandwich haben bitteschön gleich das nächste Sandwich werde ich machen so wie sie ich habe ich weiß was das bedeutet mit dem Herz weil die gehen nicht weiter die gehen nur die erste Runde und dann bleiben sie stehen normal müssen sie ja noch weiter gehen aber was passiert hier nicht also es gibt ja mal drei Zeitungen in der Sprechblase und durch diese Uhr hier um geht die Sprechblase nicht weiter das finde ich gut jetzt kann ich noch 16 Minuten alles locker schaffen und dann passt genau empfohlen wer wird denn hier beschleunigen brauchen wir nicht wird der noch empfohlen ja dann muss ich in 16 Minuten noch so weit kommen wie es geht nice 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 ok jetzt könnt ihr hier einreisen da ist die erste Person die kriegt zum 104 die 2.103 und die 3.102 und da kommt schon die 4. an ich denke mal kurz da gibt es einen Kaffee 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 Es gibt drei die ... Nullig ... Dich ... Oh ... Slarm ... Das ist ... Ich weiß noch nicht ... Nein ... Dich ... Entschuldigung nicht ... Näh ... Was ich ... Na na ... Oh ... Das war's für heute. So mit Müll heißt es auch wenn einer wahrscheinlich sagt ich kriege kein Zimmer. Neues Versuch. So jetzt sind wir wie beim Booster. Jetzt musst du doch viel besser gehen. Hoffe ich. Oh das macht Spaß. Das macht Spaß. Mit dem Booster geht es mal richtig ab. 1 Minute 30. Weiter. Go go go. Meine Booster ist weg. Schade. Die essen immer viel die Frauen hier. Die Geschäftsfrau trinkt immer viel Kaffee. Oh. Da möchte einer auch einziehen. Also für der. Ja lass den, lass den, lass den. Sack. Kaffee holen. 2 Minute. Oh oh oh. Es ist die zweite Uhr. Okay, da ist immer das okay. Da ist sowas zum Anschauen. Ja, okay. Wir haben nichts gefunden, was ihr noch gehört könnt. Einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Dein Nächster, bitte. Jawohl. Jetzt wird nur eins, alle sind doch fertig mit dem Hotel. Ich bin so gespannt auf das neue Hotel, wie das aber sehen wird. Okay, fangen wir erstmal. Wir machen schon mal ein Sandwich fertig. Mein Hotel ist bekannt. Das ist ein CA oder ist das ein GA? Ein GA würde ich sagen. Das Hotel GA. Ja, Grand Apartment Hotel ist bekannt für seine Sandwiches. Und deswegen kommt alle her und probiert ein Sandwich. Wenn ihr schon mal da seid. Na, na. Du, 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 du. Ah, ein Kaffee. Auf Wiedersehen. Bis bald. Gute Tag, ich habe für sie das 203 reserviert. Und hat sie gefallen. Gut, oh, schön. Bleib' ich frei, wenn du wiederkommst. Kommst du da mitzusehen. Bye, 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 bye. Du, du, du. Oh, der wollte nur schlafen. Und war es eine angenehme Nacht, ja? Gut, schön. Wir sehen. Oh, da gut. 104 und 102 für Sie. Und sie für Sie ist die 101 reserviert. Ein Sandwich kommt sofort. und ein neuer Gast gut, hat es Ihnen gefallen? Ja, schön, super! Kommst du wieder, beherrn Sie uns mal bald wieder! Ach, ach, was hab ich gedrückt? Ich glaub ich hab was falsch gedrückt oder? Ne, doch nicht. Passt alles. Ok, ok, ok. Ein bisschen gut im Rennen, Leute. Herzlichen gefallen, ja? Ich würd mich freuen, wenn wir das nächste Mal wieder bei sind. Und, schöne Aufenthalt noch, ne, schöne Heimereise. Wir sehen, tschüss! Und Ihnen wünsche ich auch einen schönen Tag noch und danke fürs Vorbeikommen. Bis dann, tschau tschau! So, das war jetzt die nächste Runde. Wie toll ist eigentlich das Letzte, was wir uns holen müssen? Oh, ich hab noch 7 Minuten. Nur noch das 1704 Diamant. Ich probier's erstmal ohne Boost, aber ich glaub das schaff ich ohne Boost nicht. Ich hab nur noch 7 Minuten mein unendlich Herzdingens bei uns. So, hallo, für Sie ist die 104, für Sie ist die 103 und für Ihnen ist die 102 ein Sandwich. Ich hab noch kein Sandwich gemacht. Und für Ihnen ist die 101. Und jetzt möchte ich gleich zwei Leute ein Sandwich haben. Wow, feier. Wo soll ich da sein? Ach zu einer? Oh耶, oh ja. Oh war ja, oh war ja. Oh war ja. Oh war ja. Okay. Okay. Oh, wait, 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 oh! Ah! Ein Kaffee. Okay. Ein Sandwich. Ich brauche zehn gut gelaunte Leute. Ich habe gerade mal drei. Okay. Das heißt, ich muss es noch einmal probieren. Aber mit Boost. Vier. Ganz knapp verfehlt. Okay. Erneut versuchen. Mit dem Boost. Und jetzt geht's los. Okay. Los geht's. Ein Sandwich. Sofort. Und noch ein Sandwich. Und sauber machen. Ein Kaffee. Sofort. Und noch ein Kaffee. Und sauber machen. Sauber machen. Sandwich machen. Sauber machen. Kaffee geben. Sauber machen. Sandwich machen. und Kaffee geben. Und Kaffee geben. Sauber machen. und Sandwich geben. Sauber machen. gar nicht mehr. Oh, das ist der Neus. Ich hab's geschafft. Juhu. Jawoll. Ach ja. Ja. Ähm, vielleicht später. Ich kann es kaufen. Jawoll. Oh, das ist schön. Ich hab jetzt alles fertig hier. Ich muss jetzt nur noch warten, bis das da ist. Und deswegen mach ich jetzt noch eine Runde. Und das war's dann schon für heute. Und wenn ich die nicht schaffe, schaff ich die eigentlich nicht. Bam bam bam. Dum 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 dum. Mein Herzbooster ist auch abgelaufen, glaub ich. Glaub ich. Ein Sandwich. Nächstes Sandwich machen. Was ist denn? Sie sauber machen? Sauber machen. Sauber machen. Ah, ein Sandwich. Ich bin ja ein Honk, ein Kaffee, kriegst du sofort, ein Zimmer, ein Zimmer, ein Zimmer, ein Zimmer, komm sofort, ein Sandwich, ein Zimmer, 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 ein noch ein kaffee bohr du bist aber was mit absichert damit ich es auch schaffe aber ich krieg ja jetzt sowieso noch mal geld aber ganz genau 450 aber hotel ist komplett ausgebaut ist nur noch hier einmal 1 st 43 2 st 56 und eine stunde 34 also beim nächsten mal wenn wir das spiel sehen werden habe ich das ganz fertig und ich weiß nicht geht es dann hier in der nächsten stadt rein würde ich sagen über drei etagen naja es gibt hier nur vier hotels oder was ist das hier okay dann kann ich zum anderen land hinfliegen ich denke mal jetzt bin ich bestimmt nur in amerika und da kann ich mir das nächste länder suchen das wird aber dauern na gut dann würde ich mir mein ticket abholen und sagen dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen dass ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche euch und es könnte ich sein viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao